Auf Fürstenburg verzicht gelegentlich und auch auf die Tuderlöcke. Denn Luft und Schlaf und Freikauf und Duft gebührt mir nicht mehr. Ich will das wahre Leben spüren. Es hat dicken Brot gehönt. Es fliegt nach dem Wein und werdet mich unvernacht. Es flüstert, weilt und lacht. Die Frage wird in Blut wie wird man sein? Schattenlos, wie sagt man sein? Ist doch ein Mensch daraus der Eingang? Wie kann man eh ein anderer sein? Wie kann man nach going? Er macht sich selber nicht mehr stehen. Wie kann man euch sein denn bei seiner Einge? Schattenlos. Was soll denn in der Stärkung? Ich wollte nicht mehr, der Grabbruch der Oberkunft, und heute geht nicht mehr. Was ist die schönste Symphonie? Der Grabbruch, einen reichen Busen, will kein Geidner, kein Jesus Berg nicht sein. Der Grabbruch, und den Haar, sind die Fragen, und den Haar der Stärkung? Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus